Was geht ab meine Freunde, das ist das Jägertier. Du weißt Bescheid, wir sind jeden Woche hier am Donnerstag Premiere. Deutschrap ist am Leben. Yoni featuring Farid Bang Fugazi. Die beiden haben schön zusammengearbeitet auf dem Kami Kami H EP. Damals im, keine Ahnung, war das 2019? Eigentlich, ich check nicht. Und John Smith hat hier in dem Chat gesagt, dass Farid disst Aset. Aset natürlich von den KMN Gang. Ich bin ein Fan von Aset, der ist ein richtig gealliger Typ, der rappt richtig hart und flow ziemlich clean und sauber. Und ja, das freut mich sehr, das wieder vielleicht hart in die Fresse Richtung von Farid zu sehen. So, 20 Sekunden noch bis Premiere. Ihr habt, oh, bevor ich vergesse, ihr habt schon gewählt auf meiner Instagram Story jeden Donnerstag. Und kann man das, also kann man das machen. Also folgt mir auf Instagram. Nächste Woche, du weißt Bescheid, du kannst wählen. Jetzt mit Video. Sehr gespannt, sehr gespannt. Okay, so like slow, build up, nice bass. Und der ist ein Sänger, na? Oder der klingt so wie ein typisch Trap oder R&B. Die 2020 Trap-Singerin oder Sänger, keine Ahnung. Aber der sieht ziemlich aus wie ein Hexer-Dämon oder Sauberer mit den schwarzen Flügeln. Und jetzt mit einer, keine Ahnung was man das nennen soll. Magie? Keine Ahnung. Aber der hat den SUV, oder? SUV von Haus. Nicht gelesen, dann gekauft. Aber der hat einen Mercedes in der Hand. Alles Kokain, das du kaufst. Es geht zum, keine Ahnung, Magie-Trick. Geilen Effekts muss ich sagen. Woher du kommst, deshalb lässt du niemand drauf. Halt das Geld, das dir werft, dieser Benz, den du fährst. Halt der Schmock, den du trägst. Ja und du bei der Fake. Die Hublot, Louboutin. Oh, nice. Geile Betonung. Halt das Geld, das dir werft, dieser Benz, den du fährst. Halt der Schmock, den du fährst. Halt der Schmock, den du trägst. Ja und du bei der Fake. Die Hublot, Louboutin. Richtig nice, richtig nice. Dann der Louis Vuittasche. Weg. Geworfen. Wow, really versatile, like kind of voice, this guy. I'm curious to see if he's gonna rap, actually. Cuz I like his voice so far. I do like his voice. Remember, this is my first time hearing anything from him. Ist er mit Bange gesigned? Das ist die Frage für euch. Ist er mit Bange gesigned? Der redet von dem Scheine, doch der bleibe nur Fugazi. Der redet von dem Scheine, doch der bleibe nur Fugazi. Fugazi? What is Fugazi like? I'm not even sure what that means, honestly. I hear it all the time and I never took the time to look it up. So, auch ne zweite Frage für euch, mein Fans. Mein schöner Jägertierfamilien. Was heißt, also was bedeutet Fugazi auf irgendein Sprache? Das ist die selber auf englisch und deutsch, ne? Also, he's mocking, he's mocking the flexors, right? The guys with the money and the guns and the this and that. So, yeah, let's see where this goes. Ah, der ist Fahri. Ah, das war ein Kami Kami H, ne? Geil, sie, also die letzten, wahrscheinlich das letzte Lied, die zusammengearbeitet haben, war auf dem Kami Kami H EP und dann ist der hier noch, also am Start mit Kami Kami H Motion. Ähm, ähm, war das das, ähm, Ziel? Keine Ahnung, aber schöne Verbindung. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Oh, I love, man, how arrogant. I love his arrogance, man. It's so, it's so unterhaltsam pur, ne? Bang, bang, can Black Band's. Can the Bentley's can the back dance? Can the AK Snowflake, France, and backstage? Also, let's dance. Let's have the... Let's have the... ... For the volume with Emilia. Man, nice. Nice. I'm feeling some double time. I'm feeling this is, like, the kind of flow he has, you know? Before he double times. Bang, can Black Band's. Can the Bentley's can the McTance? Can the AK Snowflake, France, and backstage? Also, let's dance. Let's have the... Also let's dance? OJ? Let's dance? I don't know, I don't understand that. Du hast dein eigenes Buch? Ich hab mein eigene Pool? Oh, all eyes on me. Flashbacks to all eyes on us, nutzend all eyes on us. Und die Kreis wird immer kleiner, so wie Fortnite so kann. Classic, 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 classic. Alright, Faridbang, all eyes on me, let's take it from the top. So, Illuminati Profit, comeback complete. Is he referring to his Genkidama album, which I guess was his comeback for him? Cause I know in one of the songs he said, um, zu lange keine, kein Plus bekommen. Like, it's been a while since he was like making like really, you know, made an album really, so. I guess this is like the follow-up, you know? I like the hook though, the hook's cool. Let's see what he, ah, what's he saying? Okay. Come back complete. Oh, it sounds so french there. Duotan, Lübitan I like how animated too is I mean, he's like really into it He's really into it, he's like super animated, you know Like doing all these like New subscriber, Armin Weinreber Danke sehr, digger Heiß gold oder platin Von der Maserati Geblendet von ihrem Schein Doch sie bleiben nur Fugatti Oh, he's being consumed, man Damn Oh, he just threw some of it out Oh Whoa, that was it? One verse Okay Okay Bisschen schade, dass das nur ein Verse, die wir von Farid bekommen haben, aber Ziemlich ein Statement Nur ein Statement Er wollte ganz in die In die In die Zähne rein Gesprungen Also springen Und dann Danach kurz raus Und das was Um, aber No, yeah Short video I guess we're just gonna I'm gonna go make another one So, I mean, that was pretty easy You know Pretty simple Um, guys Make sure you like and subscribe Thank you for subscribing If you do Remember to follow me on Instagram So we can vote next week Heading over to Savage Alright I'll see you guys in that video Peace I'll see you guys in that video